Ungefähr jeder Dritte meiner Patienten erwähnt nebenbei noch Schlafstörungen. Sind diese Menschen jetzt gezwungen, ein Schlafmittel einzunehmen? Oder gibt es natürliche Lösungen? Zuerst ein paar einfache Tipps. Viele Menschen leben einfach, wie es ihnen gerade gefällt. Das ist ja schon recht. Aber wenn man nicht schlafen kann, lohnt es sich, gewisse Rituale einzuhalten. Das Zimmer sollte ganz dunkel sein. Es sollte still sein, kein Lärm. Wenn du an einer lärmigen Strasse wohnst, dann stopf die Ohren zu mit Ohropax. Es sollte kein Blaulicht, also Computer oder Handy oder Fernsehen im Schlafzimmer haben. Und es lohnt sich, eine Schlafhygiene selber sich aufzubauen. Also immer ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und nicht allzu früh. Es ist besser, wenn man sich richtig müde fühlt. Das sind so einfache Tipps. Was auch sehr wichtig ist, wie sieht dein Bett aus? Vor allem zum Beispiel, wenn du Rückenschmerzen hast oder chronische Nackenschmerzen. Das hat sehr viel damit zu tun, dass vielleicht deine Matratze oder dein Bett nicht richtig eingestellt sind. Da kann ich dir nur den Tipp geben, geh mal in eine Schlafberatung, wo es auch um die richtige Lagerung, das richtige Kissen usw. Das hat so viel Einfluss. Wenn du richtig gelagert bist im Bett, dann hast du einen besseren Schlaf. Bei Menschen, die nicht schlafen können, werden entweder Schlafmittel eingesetzt oder neuerdings vermehrt Antidepressiva, die eine gewisse schlafanregende Wirkung haben. Man sagt, die Antidepressiva machen weniger abhängig. Das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Auch Antidepressiva muss man wieder ausschleichen. Ich empfehle, wenn es irgendwie geht, keine Medikamente zu nehmen. Aber was sind nun die natürlichen Alternativen? Hier steht an erster Stelle Melatonin. Das ist unser Schlafhormon. Das produzieren wir selber. Wenn das ungenügend produziert wird, wird der Schlaf nicht angestoßen. Hier kann man mit wenigen Milligramm Melatonin etwas auslösen. Nun gibt es auch Mischprodukte mit beruhigenden Pflanzenstoffen. Dazu gehören Ashwagandha, die indische Schlafbeere. Dazu gehören essentielle Zucker aus der Muttermilch. Dazu gehört Tryptophan. Tryptophan ist eine Aminosäure. Die Vorstufe von diversen Neurotransmittern, die auch den Schlaf wieder verbessern. In Südamerika gibt es eine Pflanze, die heisst Mulungu. Das wird in den USA das pflanzliche Valium genannt. Also sehr starke, beruhigende Wirkungen. Wenn du ein Produkt findest, das diese Substanzen enthält, das kannst du immer versuchen. Natürlich die bekannten Beruhigungsmittel wie Baldrian oder Lavendel oder Hopfen, das hat auch seine Wirkung. In der Regel aber schwach. Dort kann man einfach auch die Dosis erhöhen. Wenn zum Beispiel bei Baldrian steht 10 Tropfen, dann nimmst du mal 40 und dann wirkt es sicher besser. Schliesslich eines der besten Beruhigungsmittel ist Medizinalkannabis. Nicht überall einfach zu bekommen, aber das hat wirklich gute Wirkung. Da mache ich gute Erfahrungen, mehr als die Hälfte der Patienten schlafen besser mit etwas Cannabis am Abend. Vielleicht denkst du, ein Glas Rotwein genügt auch. Ja, zum Einschlafen schon. Aber der Alkohol stört in der späteren Nacht dann den Schlaf und dann wachst du wieder zu früh auf. Also das waren die schlaffördernden natürlichen Mittel und somit die Antwort, was du tun kannst bei Schlafstörungen.